Du hast zwei Sieger, sauber, voll diskiert, 14,67 da die erste Zwischenzeit, hat noch keiner, wie fährt er da, wie fährt er da, wie fährt er da, sauber, ich sag, ich bleib er schön drüber, weit unten, kann er da durchziehen, beim Tor dabei, komm weiter aus, was fährt er, sehr schön, sehr schön, er nimmt die Geschwindigkeit mit, er nimmt alles mit, 31,25, 110, jetzt aufpassen, da, war lauter schön, bei 1,0, 0 war er hier, 1,0, siehst du, ja, da hat eben der, der Weiche vorher schon, was hat er verloren, der 3,4,5 Zentl in dem Abschnitt, 31, 32, komm, da ist der Punkt, 3,4, 30, aber ich sehe noch 76, Leute, pass auf, Steff, jetzt da, ganz eng, ganz eng kommen, die letzte Schwierigkeit für Stefan Eberhardt, jetzt muss es passen, jetzt muss es passen, Steff, du hörst die Menschen jubeln, es geht um seinen Sieg hier in Kitzbühne, um seinen zweiten Siegerverstreif, 1,51, 1,52, 1,52, 1,52,